servus zusammen recht herzlich willkommen hier bei mir auf dem kanal zu einer neuen folge der division 2 und wir stecken mitten in der verhandlung sozusagen im letzten teil und haben jetzt schon mal zwei kontrollpunkte eingenommen und ranger ist hier oben und hält ein bisschen ausschau und wache so wir müssen noch einen kontrollpunkt einnehmen und noch einen was war es noch wir müssen noch irgendwas machen und zwar einen rettungseinsatz aber jetzt habe ich gerade gesehen dass da noch ein bisschen s hd technologie ist und die würde ich mir gerne noch einsammeln und das müsste irgendwo glaube ich im untergrund sein so wie es aussieht da gibt es dann auch noch eine schöne territoriumskontrolle immer dabei wenn es gilt am blick da müssen wir glaube ich sehr schön dann schauen wir mal wo wir die s hd technologie auf finden da müssen wir ein bisschen mit aufpassen da hat es doch bestimmt wieder irgendwo in raum oder irgendwo ein schlüsselkasten was war das also also okay das ging ein bisschen leichter als gedacht nicht wirklich da müssen wir irgendwo anders hin da werden doch jetzt irgendwo kollegen sein oder etwa nicht so da hinten drin ich vermute hier ne okay da ist es doch sehr gut dann nehmen wir ja noch ein bisschen was mit das brauchen wir nicht okay so da müssen wir uns erstmal wieder ein bisschen orientieren wir müssen zum kontrollpunkt und zack und zack da war doch hier ein bisschen territoriumskontrolle ist das jetzt auch noch hier unten so alt sind wir jetzt erstmal hier hoch das scheint oben zu sein sehr schön dann waren wir jetzt auch noch mal ein bisschen im untergrund da ist es ja gleich ums eck aber ja da geht es gleich los da steht der kollege und wartet schon okay kriegen wir das gerät da oben postiert nein leider nicht dann halt hier hin aha wird er sich da wieder hinlegen mit seinem maschinengewehr oh ja er hier okay da kommen noch zwei stück so wie es aussieht registriere zusätzliche feindkontakte ach was tatsächlich ich bin überrascht oh ja man schießt auf mich man schießt auf mich okay dann gehen wir hier auf die seite ach blöd 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 ach blöd so war's ist war's das ging jetzt total daneben zick zack laufen dann holen wir uns jetzt mal den da ist eins so da gibt es wieder mal ein paar raketen das ist immer gut so das war's nicht das ist da oben ne jetzt ist es auf der anderen Seite zack äh okay sehr schön okay 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 so das geschütz packen wir ein jetzt haben wir da hinten noch eine Territoriumskontrolle und die liegt sozusagen auch auf dem Weg zum Kontrollpunkt okay so so äh ja da treibt sich einer rum da oben treiben sich welche rum so die sind schon mal aus dem Spiel ja da kommen sie wieder hier aus dem Häuschen und ich bin dann völlig aus dem Häuschen ja das ist doch schön Zugangsschlüssel entdeckt oh ja oh ja ich mach dich wieder fit das sind die die ich gar nicht mag wunderbar hier gibt es bestimmt einen Schlüssel so wo haben wir es denn da haben wir es da haben wir es da haben wir es okay teilt ich der Kontrollpunkt in der Nähe okay dann sammeln wir wieder mal unsere Gerätschaften ein und dann wollen wir mal zum Kontrollpunkt gehen zack so wo ist er denn wo ist er denn er ist hier dazu laufen wir hier die Straße entlang und dann ist er da links okay alles klar so ein bisschen hier im Dunkeln durch die Straßen der Stadt oh ja okay ach mhm okay feindliche Übertragung erkannt ja ich persönlich bevorzuge ja hier oben so wo machen wir denn das Geschütz hin wo machen wir denn am geschicktesten das Geschütz hin das ist gar nicht glaube ich so schlecht Augenblick kommen wir da hin ah nee jetzt fehlt da wieder ein Zentimeter oh nee zack so da werden wir erst mal wach der will es hier gleich wissen sehr gut da oben soll sich die um den Kollegen da oben soll sich die Drohne kümmern so und er versucht sich hier von der Seite okay schade 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 ja komm das ist dein dein Mann wo sind die Drohne ach da oben sehr gut ja sollten sie das Geschütz hier auch sehr schön das passt da links ist was okay okay und da oben kommt jetzt auch was wir werden jetzt da hoch gehen ups ups schnell in Deckung sind denn eigentlich jetzt meine Kollegen da sehr gut die Verbündeten sind da sehr schön sehr schön ach da oben einer mit einer Schroti okay ja das ist wenn seine eigene Granate naja genau da komm so was ist hier mit dem anderen Geschütz ah das packen wir hier hin besser ist das so da ist auch einer da war einer ne das ist einer von uns habe ich jetzt schon gedacht ich habe jetzt schon gedacht so so der berühmte schwergepanzerte so da würde ich doch sagen versuchen wir es nochmal mit einer Rakete wo sind wir leer geschossen okay da unten springen auch welche rum aber er hier macht uns am meisten Sorgen erstmal der gute Sergeant sehr schön da haben wir hier noch was wer eine nicht so oh da kommt einer hoch oder wie ach unter mir springt einer rum das finde ich nicht so amüsant okay so okay dann gehen wir hier mal ins sehr gut ist der Kontrollpunkt tatsächlich schon gesichert soll es das wirklich nee da kommen noch welche wusste ich es doch wusste ich es doch dass die Party noch nicht zu Ende ist so jetzt komme ich da nicht mehr hoch schade schade ach was und ich bin es nicht so da hinten haben wir noch ein bisschen Action da haben wir oh der Schütze ist leer wir gehen mal hier hoch nehmen das gleich mal mit wenn wir hier gerade in der Gegend sind so naja man sieht es ganz schwer im Dunkeln oh ja früher hatte man gesagt eine Granate kann viele Probleme lösen aber nicht hier oh rechts ist auch nochmal was irgendwo ist rechts auch noch einer das war ganz in der Nähe irgendwo springt er hier unten rum ah ja okay komm burn baby burn ja und immer in den Rucksack immer in den Rucksack stoppen mal da ist irgendein ah da ist auch noch einer oh wieder keine Munition schade schade aber den machen wir jetzt erstmal hier alle ah shit ja genau die wollen uns umgehen was soll denn das wir werden jetzt erstmal hier das Machine Jail mitnehmen dann können wir es neu positionieren ja es wird nicht nur eine Weste sein die du neu brauchst okay okay ja ja die bekommen langsam Spaß ne ja wir müssen mal ganz kurz schauen wo unsere Moon so da gibt es noch ein bisschen Moon und dann bestimmt eins tiefer sehr gut dann gehen wir wieder hoch so okay da rechts ah ne 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 das ist aber auch blöde hier so komm hoch komm hoch was heißt das wer ruft da ach war es schon wieder oh ja so dann machen wir mal hier leer so jetzt haben wir keine mehr oh ja die Drohne muss raus die Drohne muss raus ja hier ist er richtig Action oh ja da links tut sich was da links tut sich was gehen wir auch gleich mal hier hier weg okay links ist frei dachte ich der gute Sergeant North der will sich jetzt hier noch einmischen und ein bisschen einbringen okay da muss ein bisschen aufpassen sonst beißen wir wieder mal schnell ins Gras so wo ist er denn wo ist er denn so wo können wir unser Geschütz platzieren ja da ach du Schande hat sich doch da tatsächlich hier oben einer hin verehrt okay ne da hinten den da hätte ich gerne den da oh da muss ich aufpassen erstmal hier ein bisschen in Deckung so jetzt können wir uns wieder um die Kollegen da hinten kümmern wo ist er denn wo ist er denn mit dem Geschütz oh ja komm mach den Sergeant glatt sehr gut gut feindliche Anführer ist neutralisiert das sieht doch so aus als wenn es hier ein bisschen vorwärts geht ich auch jetzt machen wir hier mal hier Dabberfeuer mal hier die Jungs hier richtig unter Feuer nehmen ja erwarten Ihre Befehle General danke Caprin Antti richtig danke Antti kein Problem General und die Befehle checken Sie weiter alle von der Division kontrollierten Orte suchen Sie nach Schwachstellen oder Gelegenheiten und wenn ich welche finde soll ich Sie nutzen oder mich melden nur beobachten und berichten und Talia hat einen Plan und wir müssen sie unterstützen erfahren wir was das für ein Plan ist irgendwann wenn die Zeit reif ist wir wissen immer noch nicht wem wir vertrauen können dieses Bündnis ist zu neu und Louis hat so viele Leute auf seine Seite gebracht wir denken wegen Bantam weswegen nun besteht er noch darauf dass sie ihn Lieutenant Bantam nennen ja es ist wie beim Teamwechsel nur weil du die Uniform anziehst gehörst du noch lange nicht dazu und wenn du nicht einmal die Uniform anziehen willst wie gut helfst du dann zu deinem neuen Team stimmt guter Punkt Antti danke Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet so so interessant so dele hier haben wir auch noch mal ein bisschen Aufstieg jetzt gehen wir noch schnell hier in den Vorratsraum dann werden wir noch mal schauen was es da gibt und dann sind wir eigentlich auch schon wieder für den heutigen für die heutige Folge durch jo haben noch mal ein bisschen was erledigt den letzten Kontrollpunkt eingenommen so ist da was Spannendes dabei ok sehr gut so aufgenutzt hatten wir schon ja so sieht es aus wunderbar ok hier ist der Kontrollpunkt Officer ok ich darf mich an der Stelle hier unter dem Flutlicht recht herzlich bei euch bedanken wieder für die Aufmerksamkeit das war der dritte Kontrollpunkt und als nächstes haben wir dann einen Kopfgeld Einsatz und darauf freue ich mich jetzt auch schon ich sage recht schönen Dank fürs Zusehen hier bei The Division 2 und Season 11 Reign of Fire und freue mich schon aufs nächste Mal wenn ihr wieder mit dabei seid und zuschaltet bis dahin sage ich Tschüss und bis bald ist das ein da ist nichts bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald